Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo Ja, Ankündigungsvideo, richtig, habt ihr richtig gehört Es ist zwar ein bisschen kurzfristig, aber Warum nicht? Äh, folgendes nehme ich Ähm, ich und Robin, Robin und ich, sorry Haben uns ein paar Tage überlegt Oder ich habe mich überlegt, ich habe Robin gestern gefragt Ob wir es machen können Also am Mittwoch Den 9. Und ich habe jetzt, wir sind zu einem Begegnis gekommen Und das werde ich euch jetzt präsentieren Es ist bombastisch und ihr könnt mitmachen Also, wie wäre es mit, ähm Artic Combat Dass wir Artic Combat zocken, aber alle gemeinsam Ja Bloß wann, hm Also ich würde vorschlagen, morgen Irgendwie so am 11.01. So um circa 19 Uhr Und Auf dem Channel UK3 Ich würde den Namen dann vom Channel sagen Dojoks Abendschau Und auch ein paar Zollwegrenner Sind mir ziemlich ganz klein geschrieben Dojok Ja Das wäre auch mal eine geile Idee, oder Also ich fand die gut Ja Ähm, ja Ihr könnt gerne kommen Dazu Wir werden auch aufnehmen Das heißt, wir nehmen eine Aufnahme Und machen eine Aufnahmesession Mit euch Ihr könnt nicht mit kommentieren Aber mit zocken Ist doch eine geile Idee, oder? Es hat mehrere Vorteile Es hat aber ein paar Nachteile Vorteile wären Ähm, mal anfangen wir mit den Nachteilen 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 wären Tears Und das wird natürlich aufgenommen Folgen Würden dann auch kommen Kommt immer darauf an, wie ihr euch benehmen tut Oder wie ich mich benehmen tue Weil, ja Die letzten Folgen Werden auch ein bisschen ruhiger sein Äh, die jetzt noch kommen Aber egal Ja Mh, also ein paar Tage später Würden denn die Folgen auch kommen Wenn, wenn es genug Leute sind Es bringt nichts Wenn nur vier Okay, mit vier Leuten wird es schon Wenn nur einer kommt Dann bringt es nichts Gar nichts Also Information noch mal ganz kurz Steht unten in der Beschreibung Unten? Ist das jetzt unten? Ich hatte das neue YouTube-Design Mann Kriege ich jetzt Hab ich halt endlich jetzt bekommen Nach vier Wochen Unten in der Beschreibung Steht noch mal Alles aufgeschrieben Ihr könnt kommen Wir werden vorher da sein Das Passwort ist auch klar Und Es ist kein Livestream Bitte Keine Frage Ob das ein Livestream ist Wo ihr den Stream gucken könnt Können, können, können Kann Man merkt, dass ich arbeiten war Mein Meine Aussprache Mein Bildhaber Ist wieder total für den Arsch So Naja Ja Ja Ich hoffe ihr kommt morgen Bitte Bitte Wenn ihr lustig Ich glaub das wird auch Eine ganz lustige Runde mit euch Und ja Wenn Dann sehen wir uns Und zocken zusammen morgen 19 Uhr Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal